Das klingt dann wieder nicht ganz so trüb. Vielen Dank für diese Aussichten, Sven. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten ermittelt jetzt Kommissar Wallander und wir sagen Tschüss. Nicht aber ohne einem ehemaligen Tagesthemen-Kollegen zum Geburtstag zu gratulieren. Lieber Ulrich Wiggert, egal wo du jetzt sein magst, alles Liebe zum 80. In diesem Sinne auch von mir alles Gute zu diesem runden Geburtstag, lieber Uli und Ihnen allen. Wünschen wir dementsprechend jetzt eine geruhsame Nacht.